Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 3 Multiplayer mit dem Hardy. Ach halt's Maul. Hardy hat heute richtig gute Laune und dem Dennis. Und ich hab richtig gute Laune. Der Dennis muss allerdings erst noch joinen. Ja, der Dennis hat nämlich gerade mega Pech. Dabei hat er euch sooo lieb. Ja und ich bin nur Sniper hier geworden, weil ihr nicht aufhören könnt mir zu sagen, ich soll Sniper gehen. Ach. Peter, geh doch mal Sniper. Was ist das denn jetzt für den Scheiß, dass mich joining in Soldier und nix passiert? Das Spiel macht mich für dich. Wieso ich? Wieso nicht Hardy? Ja, weiß ich auch nicht. Zu viel netter als der. Wie ich die Karten hier immer noch nicht besonders gut kennen, wa? Ja, wow. Ich mein, wir haben hier gespielt auf dem GameStar Turnier und dann ein paar Mal so. Ja, Leute, da war schon ein gegnerischer Tank. Ja, geil. Das war natürlich sauklug von mir. Wo ist Hardy denn? Hardy ist still und sagt überhaupt nichts. Hardy fährt gerade mit dem Panzer Richtung B. Richtung polnische Grenze. Da ist so ein Tank, da kann ich nix gegen machen. Da ist ein Tank, der will es geil machen. Na, das ist natürlich Kacke. Kacke. Das war richtig kacke. Richtig kacke. Lob in den Herrn. Leute, alter. Ich kann nicht snipern. Ist doch scheiße. Hardy ist vor mir. Dennis, wo bleibst du? Und sowieso. Hardy ist halt ne geile Sau. Ich schlade gerade Angriff auf Kackeland. Hardy auf Kackeland. Hardy auf Kackeland. Ja, wie komme ich denn jetzt da drauf? Ja, keine Ahnung, weil du so narzisstisch bist. Geil. Ist ja natürlich ein Echo, der voll ist. Ja, warte doch mal. Delta, ja? Warte doch mal. Ich kann gar nicht. Ich bin gerade tot. Delta, ja? Ja, okay, Delta. Ja, aber nicht mit dir als Squad Leader, weil du hast nix drauf. Ja? Ja, toll. Jetzt bin ich wegen dir gekillt worden, ey. Na, Hardy, ich hab doppelt so viel drauf wie du. Oh, selbst Ironie. Ach. So. Ja, dann Hardy, dann mach du doch den Squad Leader. Nee, will ich gar nicht. Du bist doch scheiße und Kacke. Und sowieso. Und sowieso. Wo geht denn der Scheiß hier hin? Wir sollen... Oh, Leute, Leute, da unten. Boah, ich hab ihn aber noch getroffen, ey. Quickscope. Bam, Junge. Wie funktioniert denn jetzt diese Javelin-Scheiße hier? Ja, musst du Rechtsklick anvisieren, Linksklick schießen. Ach was. Ja, ich weiß. Aber was kann ich denn damit anvisieren? Fahrzeuge. Ich bin mir nicht sicher, ob man damit so ein Flugzeugkram auch machen kann. Nee, kannst du nicht. Okay. Du, äh... Ey, die haben uns hinten F weggenommen, die Huren. Und da läuft einer. Den hol ich mir aber. Ich bin tot. Ich bin tot. 2011 ist scheiße. Aha, ich hab ihn getötet. Ach, Mann. Hehehe. Das war weggesnipert und war richtig kompliziert und alles. Ich nehm grad B ein. Das ist gut. Ich nehm grad B ein. Kommt ein Tank auf mich. Alter Vater, kommt ein Tank auf mich. Hast du, äh, was gegen Tanki-Tanks? Ja. Dann mach den Tank nochmal kaputt. Ja. Du bist auch so einfach, einen Tank kaputt zu machen. Ja, sicher. Finger schnipsen, Junge. Die Flagge ist neutralisiert. Also ich kann nicht mit dem Finger schnipsen. Ich brauch meine Finger. Jodeln. Scheiße. Ich glaub, das war der Tank, der dich kaputt gemacht hat. Hast du den nicht markiert, mal wenigstens? Klar hab ich den markiert. Okay. Schatz in Kopf, ey. Wenn du mich anmachst, ergreif dir mal deine eigene Möse. Hardy ist natürlich tot. Hammer. Ja, ich guck gerade, was für ne Tarnung ich nehm. Ich nehm jetzt Navy-Blau, Junge. Kann man ja nicht mehr erzählen, warum mein Spiel gerade am Ruheln ist? Am Rubbeln? Am Ruheln. Richtig geil am Rubbeln, Junge. War die Krise morgen so derbschens auf die Fresse, aber. Zieh dir morgen Klamotten an, die auf jeden Fall nass werden dürfen. Die schmeiß ich in den Pool. Mit Ansage. Morgen ist er ja... Ach stimmt, morgen ist er schon der 31. Stimmt, ja. Okay, Peter. Jetzt machen wir das, hab ich gehört. Jetzt machen wir das sowas von. Loll. Ich kann dir nicht anvisieren... Ja genau, lauf mal in unser Zielfeld. Sehr gut. Oh, Leute. Links rum. Dafür werd ich dich reparieren. Okay, sehr gut. Dahinten sind, glaub ich, Gegner, wa? Oh, ja. Die haben da bestimmt Minen hingelegt oder so'n Scheiß. Bestimmt. Ich will da drüber laufen. Da, links ist einer. Der ist tot. Hier sind aber keine Minen, glaub ich. Moment, ich hab red' ich kurz... Ja, so ab hier. Dann kann ich hier nämlich so rumgucken. Oh, Leute. Ich hab's mir ganz klar verriert. Ich benutze meinen Panzer als Deckung. Mach das mal. Ich seh grad überhaupt gar keine Gegner. Was ist denn das hier? Rechts? Ah, ah, ah. Komm mal, Chip, zurück. Hallo? Noob, noob. Chickenfuchs ist hier. So, aber gehen wir als nächstes hin, Chef. Ja, B, wa? Okay. Ich weiß nicht so 100% wie wir da hinkommen, aber ich glaube, ich fahr einfach Chickenfuchs hinterher. Zack. Ich verstehe echt nicht, warum mein Spiel am Ruckeln ist. Oh, da kommt man nicht vorbei. Nein, wir werden von hinten abgeknallt. Zumindest ich. Oh mein Gott. Wir haben gerade auch was von hinten, glaube ich, gekriegt, oder? Ja, einen Raketenwerfer habt ihr reingekriegt. Ich hab auch Renssik-Fanzer eigentlich mittlerweile nur noch selber. Ich weiß halt gar nicht mehr. Das weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß auch nicht, wo er hin ist. Weiß ich auch nicht. Ich fahr jetzt einfach mal eiskalt über die Brücke. Wer schießt denn die ganze Zeit? Ich seh keinen. Moment, bleib auch jetzt stehen. Nee, ist okay, weiter. Ich dachte, der Jeep ist nur neu gespawnt. Ich dachte, da wäre jemand ausgestiegen. Jetzt fahren wir irgendwie außen rum über D. Keine Ahnung. Oh, da ist ein Gegner statt Tank. Da haben wir uns natürlich... So, ich hab den ersten Schuss gesetzt. Das heißt, wenn du mich reparierst, haben wir kein Problem. Ja, der ist ausgestiegen, der Wichser. Oh, nicht rennen! Nicht weiter fahren! Nicht rennen! Wo ist er denn jetzt hin? Ich seh den nicht. Bist du wieder drin? Ja, sehr gut. Der ist bestimmt hier irgendwo drin. Wir nehmen gerade nicht ein. Loll! Hinter dem Haus war das. Wir müssen einfach nur näher ran. Da hab ich ihn erwischt. Dey, Hure. Ja, dann kann ich dich kurz reparieren. Ja. Sag mal, wir schreiben wir noch 100 bis. Für mich hab ich gerade keine richtige Anzeige. Ähm, dilladum, jetzt. Loll! Da ist irgendetwas gekommen. Oh, das ist so ein Tank. Wieder aussteigen. Warte, ich will den hinterher fahren, den Huren. Okay. Alter, da kommt gerade ein Gegner geflogen. Äh, ein Typ von uns geflogen. Hm, wir reparieren uns. Am Arsch, Leute. Bleiben, bleiben. Wieso krieg ich denn gerade hier so viel Damage, ey? Ich glaube, die werden auch repariert. Ich bin von hinten abgeschossen. Ich bin tot. Okay, da ist ein Problem. Aua. Ich seh nicht. Noch ein bisschen überlebst. 35, 34. Äh, 4. Ich muss raus. Ich muss erst mal den Tank reparieren. Ja, ich muss nachlanden. Ja, genau. Der Tank ist voll. Nice. Dann steigt er mal schnell wieder ein. Da läuft nämlich so ein Wichskorb hoch. Ja, der ist jetzt tot. Ja, der hat getötet. Sehr gut. Honey, I dead. Ich hab null HP. So gehört sich das. Okay. Wo ist ein Hadi? Hadi ist ein Nub, hab ich gehört. Hadi verteidigt C. Hey, oben auf dem Dach sind welche drauf. Loh, ich hab daneben geschossen am Arsch. Ich war voll drauf. Guck da nochmal hin, du Arsch. Oh Gott, wie willst du mit drei Mann hier hinter dem Scherzding stehen? Ja, ich guck die ganze Zeit da oben auf das Dach drauf, weil ich weiß, dass da wieder so Wichser sitzen wie damals bei GameStar. Und hier hinter den Häusern sind die wahrscheinlich auch. Ich wollte um die Ecke kommen. Nix da. Ja, ist das denn gesnipert? Ja, ich... Da gibt es immer wieder... Ich brauche Heilung, ich brauche Heilung. Wer auch immer Heilung hat. Ja, freut mich. Kommt der da einfach runtergelaufen? Geh mit nicht. Alles klar, B ist unser. Go, go. Ich höre irgendwie Autos. Aua! Von auf dem Dach. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und hinter mir waren auch welche. Der ist springt vom Dach, what the fuck. Ach, das geht. Und dann ist er gestorben. Da kommt ein Panzer von B... Äh, von A. Leuch, ich bin tot. Oh, da war gerade Tonleck. Oh, Panzer, Panzer, Panzer. Die haben mich voll erwischt. Die haben mich voll erwischt. Lol. Jetzt bin ich auch tot, Scheiße. Scheiße. So, ich weiß, dass du da irgendwo bist, du Hurensohn. Komm da... Fuck. Du hast gerade Hurensohn gesagt. Echt mal, Peter? Das ist genauso schlimm, als wenn du einen Nigger sagen würdest oder Jude. Wir haben zum allerersten Mal in dem Let's Play Hurensohn gesagt, beziehungsweise du schämlich. Tut mir furchtbar leid. Lol, hinter mich. Hinter mich. Oh, ja. Richtig geil hinter mich. Nein! Lass mich in Ruhe. Bist du neben, Dennis? Ne, du bist Inge. Ich bin neben, Junge. Wo sind die denn, die Gegner? Die haben E. Oh, ja. Da ist doch einer. Lol, schieß dich da, wo ist der entfernt daneben? Ich bin ein absoluter Pro. Die meisten Abschlüsse habe ich, glaube ich, mit meiner Pistole gemacht. So, C oder wat? Will da mal jemand markieren. Komplettent Tank. Ja, Tank ist schlecht. Oh, von hinten, ne? Oh. Lol. So, ich bin echt? Mich hat gar keiner getötet. Kann man durch abfallendes Geräusch sterben? Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß nur, dass ich gerade direkt neben den Panzern stehe. Und die mir nicht weh... Oh, oh, oh. Und die mir wehtun. Und ein Punkt eingenommen. Nur Panzer. Und schnell weg hier. Panzer Kampf und Krieg gemacht. Sauber. Nein, das ist ja wohl ein Scherz, ey. Da kommen wieder ein paar Infanteristen durch die Häuser durch. Oder dazwischen. Was ist denn der Brahmin? Ach, der zählt immer noch dahinter. Moment, da gucke ich mal in die andere Richtung, weil da kamen die Infanteristen. Wo sind die jetzt? Da. Oh, der ist nicht gestorben am Arsch. Ich habe Double Kill gemacht mit einer RPG. Nice. Ah, der Panzer geht hinten rum, ne? Ja. Oh, das war daneben geschossen. Oh mein Gott. Scheiße. Toll, Peter. Jetzt bist du toll. Ja, ich kann nicht snipern, ey. Wie wenig sind wir denn bitte im Team? Drück mal Tab. Bam, Junge. Ich habe jetzt keine Lust mehr aufs Snipern. Irgendjemand hat mir die Farmers empfohlen, die probiere ich jetzt mal aus. War bestimmt ein Nüb. Oh ja, du warst ein Nüb, der sich empfohlen hat. Und Finger weg von Drogen, außer von Gras. Schuss. Flankiert. Alter, Fresh Dampf schiebt mich hier durch die Gegend. Gar nicht. Auf jeden. Halt, ich bin die ganze Zeit noch am Sterben, ey. Das ist doch scheiße. Ich muss mich mal ein bisschen anstrengen. Ach. Der sitzt da drin. Ah, der ist aber tot. Da kommt direkt der Nächste, glaube ich. Ich muss nachladen, nicht mich töten. Scheiße. Wieso hört der nicht auf mich? Dankeschön. Hier ist so ein Buggy, den könnten wir nehmen. Diese, da sind ganz viele bei A, bei B. Na dann ohne Buggy. Da ist schon mal jemand down. Alter, ich werde von A aus beschossen. Ach, da ist auch ein Tank. Das ist natürlich gut. Wie der schon markiert ist. Alter, die Pharma sitzt auf Nahkampf, aber echt... Oh Gott, der Tank. Echt ganz schön Hammer. Jetzt könnte ich einen Medic brauchen. Mach ich den tot. Ah, da kannst du erst recht einen Medic gebrochen, ne? Ja, jetzt ist mich lieber am Leben. Oh ja. So, ich kümmere mich jetzt mal mit scheiß Panzer. Ja, mach den mal kaputt. Bläu. Ja, oder auch nicht. Alter, ich kriege gerade so derbst einen auf die Fresse hier. Yo, Ditto. Ich habe Fahrzeug kampfanfähig gemacht. Das gleiche Level wieder. Nein, ich bin draufgegangen. Von einer LAV-25. Was ist denn das? Ach, das ist... Oh Gott, das steht direkt in uns. Ich bin ein Meter vor dem Tank. Da ist natürlich dumm gelaufen. Ich stilze jetzt hinter... Oh Gott, das war's mit dir. Ja, ich stilze hinter der Kiste. Wo ist ein Chickenfuchs hier? Ah, Chickenfuchs ist auf der anderen Seite. Ich glaube, der Tank ist nicht mehr da. Du hast da meinen Freund Chickenfuchs. Oh Gott. Da ist aber Stefan Stifler. Der da... Stifler. Stifler halt. Loll. Habe ich meine Waffe gewechselt und dann hat Stefan Stifler mich getötet. Kann schon mal vorkommen. Wo ist ein Fresh Dump da? Die Abkürzung SS ist dir geworden. Der hat natürlich erst mal gegen Stefan Stifler verloren. Nein, nein. Oh. Hanni... Oh, Hammer. Und dann haben wir keinen Punkt mehr. Ja, guck mal, wir sind auf vier weniger. Was ist denn das? Ich weiß nicht mal, wo ich... Ich kann nicht mal joinen. Das stimmt. Ich kann nicht mit dem Punkt jetzt nicht kriegen. Ich habe mein Problem. Wer lebt denn noch von uns? Deine Mutter. Also A jetzt vielleicht. Alle darauf hoffen, dass wir A joinen können. Aber ich glaube, die machen uns sofort richtig fertig. Ja, mit vier Mann mehr ist das ja auch kein Wunder, ey. Echt mal. Gut, der hat eine Hadi auch noch 6,10, ey. Er hat einen Nu. Naja. Fuh, Junge. Wie scheiße kann man sein? Hat man lieber die Sat, wie ich die habe, ey. Da hinten chillen noch ein paar. Ganz oben. Wieso kann ich denen denn jetzt nicht zugucken? Das ist doch scheiße. Check ein Fuchs hat übrigens gefragt, ob der bei uns in den TS darf. Ja, das geht aber nicht, weil wir gerade skypen. Ja, das stimmt wohl. Dann schreiben wir das doch. Wieso kann ich eigentlich nicht mehr beitreten? Boah, bist ein ganz heller Hadi. No, Hadi, ey. Achso, weil wir keine Punkte mehr haben. Ich dachte, wir haben jetzt auch nochmal so einen Haupteinstiegspunkt oder sowas. Ne, bei uns gehen sie gerade alle nach und nach drauf. Alter, die anderen sind 1, 2, 3, 4, 5 mehr. Alter, einer, der sich da hinten jetzt vercampt in einem Haus oder was? Was ist das denn? Ist das geil oder was? Jetzt können wir hier so einer Map zugucken. Wenn wir jetzt bei dem im Squad wären, könnten wir dann bei dem joinen? Klar. Erstmal, wenn wir in den Squad gehen. Wer auch immer das ist. Ein Foxtrot. Ah, jetzt machen sie einen Angriff auf A. Okay, einer rennt irgendwie nach rechts und hat keine Ahnung. Machen einen Angriff auf A, aber es ist hoch. Egal, mal auf der Karte kann man zoomen. Oh, da ist der erste draufgegangen. Ne, ich hab gelogen, kann man doch nicht. Da liegt einer Minen hin. Wo geht denn der hin, ey? Ja, der liegt an taktisch kluge Punkten, da liegt der Minen. Und chillt er jetzt eine Runde, oder was? Ich weiß auch nicht, was tut. Warum redet denn keiner mal nach E oder so? Ich hab keine Ahnung. Weil es denn einfach so ein bisschen sneaky mischen bis nach E. Oder an der rechten da bis nach D. Ja, ich glaube, das ist dein Ziel vielleicht auch mit ein bisschen Glück. Ja, aber der bewegt sich wie eine Schlange, ey. Was ist das denn bitte? Der tastet sich vor. Ja, weißt du denn, der auch betastet? Der geht jetzt nicht zu zäh, oder? Ja, genau. Der geht in den Buggy rein, oder? Ne. Soll ich auch noch nie in Battlefield Spiegel gespielt, ey. So, jetzt sind sie zu zweit. Jetzt nehmen die C, Alter. Und dann wurden direkt da Minen gelegt, drei Stück. Vier Stück, fünf und tot. Ja, wenn ihr mal mit dem Panzer angegriffen macht. Guck mal, blinkt immer noch. Ja, und einer kämpft noch oben. Oh Gott, der wird gerade beschossen. Aber der hat sich durchgesetzt. Jetzt wissen die immer... Nein, der ist tot oben. Jetzt haben wir nur noch den bei C. Oh, das blitzt und donnert bei mir. Haben wir gehört. Ah, guck mal, wir haben bei C. Ja, wir haben fast... Ja, was heißt fast? Oh, jetzt müssen die voll reinhauen. Wie viele sind wir überhaupt noch? Okay, wir sind noch... Acht im Team. Oh Gott, das sind voll die Team. Zwei Tanks von der... Zwei Tanks von der... Guck mal, guck mal, jetzt der T... Wir tanken dir, der... Der tank... Nee, der fährt da immer noch rum. Wieso fahren die denn nicht in die Minen rein? Ich bin ja kurz vorangehalten, weil die so total um C rumgelegt sind. Nice Teams, als ich das jetzt ändern würde. Daran liegt das. Läuft da überhaupt noch einer von uns rum? Alter, zieht immer unsere Tickets rein. Und verloren. Ach so, das ist jetzt vorbei. Ja, das war jetzt natürlich super geil. Ja, Hardy, nur wegen dir. Ja, echt mal, ey. Gar nicht, weil ich... Du wärst schlecht bist du. Nee, ich wär aber auch nicht der Schlechteste. Guck mal, sechs, äh, zehn, ey. Was ist das denn, bitte? Na, Chickenfuchs hat 312. Das ist jetzt auch nicht gerade die monstergeile Leistung. Ja, ist das auch nicht. Also, wenn du zuguckst, Chickenfuchs. Oh, ich bin müde, ich bin hart. Ja, guck doch mal auf, wo du sparst. Wie spät haben wir denn überhaupt? Wir haben... Viertel nach zwei. Halb zwei, Viertel nach zwei. Hoch. Hoppala. Ja, also dann soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.